Eisplatten auf der Dachplane muss der Fahrer vor Antritt der Fahrt zwingend entfernen, da es ansonsten für die anderen Verkehrsteilnehmer sehr gefährlich werden kann und obendrein winkt Flensburg. Und da diese Arbeit aber immer schweißtreibend und obendrein unfallträchtig ist, sollte es gar nicht erst zur Eisplattenbildung kommen. Und der Problemlöser dafür nennt sich KRONE ICE PROTECT. Denn es sollte präventiv gearbeitet werden, um Szenen wie solche zu vermeiden. KRONE ICE PROTECT ist ein Schlauch, der auf der gesamten Länge der KRONE Schiebegardine mittig auf den Dachschiebegarten spiegeln, aufliegt. Mit Luft befüllt hebt er das Dach an und das direkt abfließende Wasser kann gar nicht erst gefrieren. Die Steuereinheit für das KRONE ICE PROTECT System befindet sich an der Stirnwand des Profi-Liners. Die Kontrollleuchte grün besagt, der Schlauch ist platt. Und durch einfaches Drücken des Tasters wird der Schlauch innerhalb von wenigen Minuten mit Luft befüllt. KRONE verbaut ab Werk ausschließlich die automatisierte Version, bei der der Schlauch bei Antritt der Fahrt automatisch mit der ersten Bremsung auch wieder evakuiert wird, weil ansonsten dann Auflieger über den erlaubten 4 Meter liegen könnte. Es gibt aber auch eine Nachrüstlösung, bei der die Evakuierung manuell durchgeführt werden muss. So oder so kommt die dafür erforderliche Luft aber aus euren Luftkesseln, die dafür aber mindestens 6,5 Bar Druck erfordern. Das System wiegt lediglich 16 Kilogramm und kann, weil sicherheitsrelevant auch über dem Minimis gefördert wird. Mal Servant.